Herzlich willkommen zum E-Mobility Update. Heute ist Montag, der 21. Juni und mit diesen Themen aus der Welt der Elektromobilität starten wir in die neue Woche. Daimler macht Tempo bei E-Autos, EU erwägt strenge CO2-Vorgaben, Bestellstart für Skoda, Eirat, Enyaq, News vom Tesla-Werk in Grünheide und Honda nimmt Clarity vom Markt. Los geht's! Daimler bereitet sich einem Medienbericht zufolge auf ein mögliches früheres Aus für Benzin- und Dieselmotoren in Europa vor. Vorstandschef Ola Kelenius wolle die Elektrifizierung der Mercedes-Modellpalette deshalb weiter beschleunigen, heißt es. Das berichtet das Manager-Magazin unter Berufung auf Konzernkreise. Demnach sollen etliche Elektro-Autos der ab 2024-25 geplanten nächsten Generation schon ein Jahr früher auf den Markt kommen. Und mehr als die Hälfte der aktuellen Modelle soll in der Neuauflage nur noch mit Elektroantrieben kommen. Außerdem soll der Konzern laut Manager-Magazin sogar mit einem Einstieg in die Batteriezellenfertigung liebäugeln. Ein solcher Schritt wurde bislang rundweg abgelehnt. Dabei gehörte Daimler in den früheren Jahren der Elektromobilität sogar schon zum Kreise der Batterieproduzenten. Ola Kelenius will den beschleunigten Elektrokurs angeblich noch vor der Sommerpause öffentlich machen. Der Bericht des Wirtschaftsmagazins legt nahe, dass die Straffung des Zeitplans auf der Befürchtung strengerer politischer Rahmenbedingungen beruht. Kelenius bereite Mercedes-Benz-Pkw auf ein Extremszenario vor, heißt es. Verschiedene Politiker und auch NGOs fordern ein Zulassungsverbot für Verbrennungsmotoren in Deutschland bekanntlich schon ab 2025 oder 2030. Daimler verfolgt bisher offiziell das Ziel, bis 2039 eine CO2-freie Flotte zu erreichen. Bereits im Februar gab es Hinweise, dass der Konzern ein vorzeitiges Ende des Verbrenners plant. Seinerzeit berichtete das Handelsblatt ohne Nennung von Quellen, dass Kelenius im Vorstandsszenarien durchspielen lasse, wonach Mercedes nicht erst 2039, sondern schon fünf oder acht Jahre früher nur noch Neuwagen mit Elektroantrieben anbieten könnte. Die Überlegungen von Daimler kommen nicht von ungefähr. Denn die EU-Kommission plant offenbar noch strengere Vorgaben für die CO2-Emissionen von Neuwagen. Laut einem Medienbericht erwägt das Gremium das derzeitige CO2-Reduktionsziel für das Jahr 2030 von 37,5 auf 60 Prozent anzuheben. Für 2035 sollen dann gar 100 Prozent gelten. Das berichtet das Politikportal Politico unter Berufung auf drei EU-Offizielle. Die Pläne kämen ab 2035 faktisch einem Verbot für Autos mit Verbrennungsmotoren gleich. Auch für Hybride wäre dann Schluss. Die neuen Regeln sollen im Rahmen einer Überarbeitung der EU-Standards zur Reduzierung von Autoemissionen etabliert werden. Im Rahmen des Green Deal sollen die Verkehrsemissionen bis 2050 um 90 Prozent sinken. Sollten es die Vorschläge der Kommission in den endgültigen Text schaffen, der am 14. Juli veröffentlicht werden soll, müsste dieser aber noch von den EU-Staaten und dem Europäischen Parlament abgesegnet werden. In den beiden Fällen dürfte starker Gegenwind seitens automobilproduzierender Länder drohen. Fakt ist, dass eine derartige Verschärfung der Auflagen einen noch schnelleren Umbau des Verkehrssektors erfordern würde. Seit Frühjahr 2019 gilt ein ausgehandelter Kompromiss zwischen Kommission, Parlament und Mitgliedstaaten. Neue Pkw sollen demnach bis 2030 um 37,5 Prozent weniger CO2 und leichte Nutzfahrzeuge um 31 Prozent weniger CO2 ausstoßen als im Jahr 2021. Der Skoda Enyaq iV kann in Deutschland ab sofort auch mit Allradantrieb geordert werden. In der Preisliste steht dieses Modell mit 47.000 Euro vor Abzug der Förderung. In der Allradausführung kommt der Enyaq mit einem Elektromotor an der Hinter- und einem zweiten E-Motor an der Vorderachse. Die Systemleistung des Elektroautos mit Allradantrieb liegt bei maximal 195 kW. Das Drehmoment wird mit 425 Nm angegeben. Der Sprint von 0 auf 100 kmh gelingt dem Skoda innerhalb von 6,9 Sekunden. Bei 160 kmh ist die elektronisch abgeriegelte Höchstgeschwindigkeit erreicht. Die Batterie kommt auf eine Kapazität von 82 kWh brutto bzw. 77 kWh netto. Damit sollen bis zu 496 km Reichweite im WLTP-Zyklus möglich sein. Auch die Sportline-Variante des Enyaq iV80X ist ab sofort bestellbar, zum Listenpreis von 50.650 Euro. Auch hier kann die aktuelle Förderung noch abgezogen werden. Schwarze Details an Stoßfängern, Kühlergrill, Dachreling, Fensterleisten und Außenspiegeln zeichnen diese Variante aus. Das Sportfahrwerk und der tiefe Fahrzeugschwerpunkt sollen für besonders agile Fahreigenschaften sorgen. Diese Version ist somit aktuell das Spitzenmodell der Enyaq-Baureihe. Eine Stufe höher geht's aber noch. Die von Skoda geplante VRS-Variante des Enyaq mit 220 kW soll aber erst Ende dieses Jahres auf den Markt kommen. Tesla hatte kürzlich die geänderten Antragsunterlagen für die Werkserweiterung in Grünheide um eine Batteriefabrik eingereicht. Nun hat das Brandenburger Landesamt für Umwelt wie erwartet entschieden, dass aufgrund des Änderungsumfangs eine erneute Beteiligung der Öffentlichkeit erforderlich wird. Die Auslegung der Unterlagen hat am Freitag begonnen. Jedermann hat die Möglichkeit, innerhalb der einmonatigen Auslegungsfrist, also bis zum 17. Juli und danach für einen weiteren Monat, also bis zum 16. August, Einwendungen gegen die Änderungen zu erheben. Nach dem Ende der Einwendungsfrist entscheidet die Genehmigungsbehörde dann, ob eine erneute Erörterung erforderlich ist. Trotz der inzwischen dritten Auslegung geht Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach weiterhin davon aus, dass noch in diesem Jahr die ersten Tesla-Fahrzeuge in der neuen Fabrik in Grünheide produziert werden können. Was bedeuten würde, dass die Gesamtgenehmigung des Landes rechtzeitig im Vorfeld ausgestellt wird? Wörtlich sagte Steinbach Anfang des Monats, der Bau befinde sich im Endspurt. Tesla habe bisher 1.000 Arbeitskräfte eingestellt. Bis zum Produktionsstart soll die Zahl auf 3.000 anwachsen, sagte Steinbach. Danach werde die Belegschaft proportional zur Produktionssteigerung wachsen. Das Fahrzeugwerk soll angesichts der andauernden behördlichen Prüfung Ende 2021 in Betrieb gehen und nach der Hochlaufphase jährlich 500.000 Elektroautos fertigen. Honda wird im August die alternativen Antriebe des Clarity aus dem Programm nehmen. Die Produktion der Versionen mit Brennstoffzelle wird eingestellt. Damit verschwindet eines der wenigen weltweit verfügbaren Wasserstoffmodelle vom Markt. Auch die Plug-in-Hybrid-Version des Clarity wird eingestellt. Entsprechende Medienberichte bestätigte der japanische Autobauer inzwischen in einem Statement. Hintergrund des Produktionsstops sind offenbar die niedrigen Verkaufszahlen. Eine früher ebenfalls angebotene BV-Variante des Clarity hatte Honda bereits 2020 aus dem Angebot genommen. Das war's mit unserem E-Mobility-Update am heutigen Montag. Wir sind morgen wieder für Sie da, wenn Sie mögen. Bis dahin wünschen wir Ihnen einen guten Start in die neue Woche. Bis dahin wünschen wir Ihnen einen guten Start in die Woche.